Bestes Game 2019 Einmal, es war zwar sehr verbuggt, aber es war schon geil, war Anthem. Anthem habe ich echt gefeiert. Dann würde ich sagen eigentlich Borderlands. Also Borderlands fände ich echt krass. Das macht echt sauviel Fun. Wenn ich das mit dem Johnny zog, dann kann ich fast gar nicht mehr aufhören. Das finde ich cool und ich glaube das war so ein Erfolgsding 2019. Bestes Game 2019 Bestes Game? Also dadurch, dass jetzt The Legend of Zelda wieder geremastered wurde, würde ich das immer noch als bestes Game. So für mich persönlich sagen und auch für 2019 natürlich.